Hallo und herzlich willkommen zurück im NHL 16 DEL Saisonmodus. Wie ihr vielleicht noch wisst, habe ich im letzten Spiel endlich mal wieder einen Punkt geholt, nachdem es die letzten Spiel überhaupt nicht lief. Und zwar war das ausgerechnet gegen die Adler Mannheim, die ja schon 13-0 gegen mich geführt haben. Am Ende dann leider im Penaltyschießen verloren, wo ich echt noch nicht so das Talent für habe. Auf jeden Fall hier nochmal die aktuelle Tabelle. Auf Platz 1, Augsburg im Moment. Überraschend. Auf Platz 2 die Adler Mannheim. Auf Platz 3 die Thomas Sabo Eistigers. Auf Platz 4 die Hamburg Friesers. Auf Platz 5 Red Bull München. Auf Platz 6 die Eisbän Berlin. Auf Platz 7 die Straubing Tigers. Auf Platz 8 Iserlohn Roosters. Auf Platz 9 die Düsseldorfer EG. Auf Platz 10 Krefeld Pinguine. Auf Platz 11 der ERC Ingolstadt. Somit schon mal vier Teams vom Platz 8 bis 11 mit 8 Punkten. Auf Platz 12 Grizzly Adams Wolfsburg. Auf Platz 13 die Kölner Haie mit 4 Punkten. Und die Schwenninger Wild Wings haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert, haben jetzt auch drei Punkte. Das heißt, ich muss so langsam mal einen nachlegen, dass ich da unten aus dem Tabellenkeller rauskomme. Zeigen wir noch kurz die aktuellen Topscorer. Mittlerweile ist es bei mir Ryan Jones. Hat Johannes Salmonsen abgelöst. Äh. Müssen wir lang gehen hier in die Richtung. So, da haben wir auf jeden Fall auf Platz 1 unter dem Topscorer Ivan Sianek. Auf Platz 2 André Rankel. Auf Platz 3 TJ Trevelyan. Auf Platz 4 Patrick Reimer. Und auf Platz 5 hätten wir dann ein paar McLaren Metropolit, Yasin Elis und Mark Mankari. Äh, ja. Von meinem Ryan Jones ist hier noch nichts zu sehen. Aber ist ja egal. Doch, da ist er. Ryan Jones. Fünf Tore mittlerweile. Können wir auch mal gucken, wer die meisten Tore geschossen hat. Oh, da bin ich sogar mit Ryan Jones auf Platz 3 im Moment. Beziehungsweise auf Platz 2. André Rankel hat sechs Tore. Und dann Reimer, Elis und Jones mit fünf Toren. Na gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Saisonspiel. Ist ein Auswärtsspiel in Wolfsburg. Und hoffen natürlich, dass uns jetzt endlich mal wieder ein Sieg gelingt. Mein einziger Saisonsieg war ja tatsächlich auswärts in Schwenning. Bleiben dabei. Schwierigkeit. Natürlich Superstar und Drittellänge. Fünf Minuten im Tor. Heute wieder Gustav Wesslau. Ich denke mal, ich werde jetzt so diesen Rhythmus beibehalten. Dass Wesslau bei mir immer vier Spiele macht. Und dann Junusov wieder eins. Schauen wir mal, was es hier heute für eine Präsentation gibt. Und was ist es? Du musst jetzt versuchen, eine Beziehung zu finden. Weil du bist schockiert. Die Pressure ist auf dich. Deine Fans sind auf dich. Die Medien sind auf dich. Dein Trainer ist auf dich. Dein Trainer ist auf dich. Aber ich denke, mehr als nichts anderes ist es ein Mindset. Lass uns nicht wirklich über das Spiel gewinnen. Weil das ist das Endeffekt. Und wir wissen das. Aber lass uns die erste Periode gewinnen und sehen, wo wir nach der ersten Periode spielen können. Jo, dann haben wir Alexander Sulzer. Haben ihre letzten drei Spiele verloren. Okay. Gucken, was bei Wolfsburg steht. Sebastian Vogel wird gezeigt. Bilanz zwei. Siege, fünf Niederlagen. Im Schnitt 3,2 Gegentore. Aber hat auch schon einen Shutout gefeiert. Na gut. Gustav Wesslau 1,3,0. Vier Gegentore pro Spiel. Na gut, dann fangen wir mal an. Williams, Oslo und Umicjevic in Reihe 1. Und mal wieder den Willi verloren. Ich muss halt auf jeden Fall mal ein bisschen durch Dachter spielen. Nicht hier so Harakiri-mäßig wieder. Oh, da würde ich schon mal schmangen. Boah, der war wichtig. Oh! Alter! Scheiße, ich hab den ja gehabt. Ja, lauft ruhig alle weg. Ja, jetzt gibt's aber Powerplay. Tunic. Zwei Minuten. Oh, Patrick Hager. Oh, Eriksen und da ist Björn Krupp sogar, der ehemalige Hai. Oh, Sean Lalonde. Nein. Ach, ich spiel eine Scheiße hier grad wieder. Soviel zum Thema durchdacht. So, Ryan. Och, Mann. Wo geht der hin? Aber... Gugula... Nein! Verdammt. Verdammt. Oh, schade. Tja, da hat er leider die falsche Schlagseite gehabt. Ja, damit wieder mal ein Powerplay nicht genutzt. Was, die haben auch ein paar Spiele. Likens, den kenn ich noch. Viele neue, glaub ich, dabei bei Wolfsburg. Moves to the corner. Takes that pass off the boards. The pass is off the mark. What a chance that would have been. Cologne's getting an attack ready in their own end. A shot missed on the shot. Back in his defensive end, to get it. Ah, Gott. Also... Oh, Wisslau. Bei Fehlpässen bin ich ja wieder ganz groß dabei. So, ich glaub zum ersten Mal ins Reihe 3. Nach neun Minuten. Oh, Falk, verdammt. Jawoll! 1-0. Von der Blauen. Eriksson. Der Freddy. Gugler und Salmonson. Also, Reihe 3 ist echt gar nicht so schlecht. Salmonson vor allen Dingen. Kleiner Zweikampf mit Ryan Jones. Und die Topscorer-Krone bei den Hain. Oh, Nick Latter gewinnt Moly. Meine vierte Reihe. Oh, Vira hat ja mittlerweile auch schon zwei Tore. Nein! Scheiße, Unterzahl. Ah, jawoll. Penalty rausgeholt. Vier gegen vier. Lüdemann. Ihm bricht der Schläger. Oh, oh. Jetzt wird's aber klein. Oh, da ist Gustav Wessler. Lüdemann mit nem neuen Schläger. Nein! Ich krieg den Punkt nicht. So, Ankert hat ihn. Jetzt haben wir Powerplay. Ah! Nein! Mist! Okay. Haben sie auch überstanden? Mist. Ach, scheiße. Icing. Ankert. Sieht auch aus wie echt. Wie die aus wie Christian Ehrhoff ein bisschen. Oh, man. Was macht der denn hier drauf? Sonsten ist ja nicht. Er hat mit der Schuss zu verpasst. Oh, er war zu süß mit der Schuss. Aber, du kannst nicht den Schuss nicht zu verpasst. Oh, er hat niemals gemerkt. Oh, hat er niemals gemerkt. Du willst in einen Spiel? Hint oder gesiggert werden? Hint oder? Hint oder? Hint? Wir kommen zum Tor. sieht aus wie patrick malo ein bisschen schade bist so ist da war noch dran ach schon wieder eine strafe den haben wir was fünf gegen drei scheiße einfach raus nein wesslau 32 sekunden haben wir schon mal hager bleibt drauf wesslau er hat ihn scheiße keine chance gehabt auch müsst ihr mir immer noch überzeit stimmt ja was ist denn jetzt los wesslau es war aber nix ach echt schon wieder eine strafe ja wenigstens tja gehen wir mal wieder mit einer mit einem rückstand ins nächste drittel 2 zu 1 mit zwei powerplay tonnen die wolfsburger hier steht auch schläger vergehen du setzt deine schläger viel zu aggressiv ein halt dich zurück wenn der körper dann es geht das näher ist als sein schläger sonst droht eine strafe wegen weinstellen hakens oder hohen schläger schlechte disziplin ja hallo ich muss doch mal ein zeichen setzen mal gucken vielleicht gelingt uns denn mal ein shorthänder wenn uns schon kein powerplay tor gelingt ach man müde wie ach Mist hätte ich mal nicht auf den Falk gewechselt aber den hat wesslau so wollte erich kommt 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 naja dann sollte ich das unterzahlspiel eigentlich überstanden haben so schnell wie die zeitchen mich eigentlich läuft ach man es wird doch noch mal eng ne haben wir ok oh was ein pass und was ein scheiß von mir ach Gott ey ach schon wieder eine strafe das gibt es doch nicht ja jetzt ganz schön klein ist hier der schiri wesslauer mit der fanghand so kommt nein knapp vorbei boah ey die sind ja voll im Arsch Williams hat man auch schon ewig mehr auf dem eis gesehen das ist ja nur unterzahl ich bin aber ich bin ganz eingestellt ich bin ganz eingestellt oh icing kommt just over six minutes played here in the second it is a tight contest thus far with the score 2 to 1 Wolfsburg's got a face off win Cologne's penalty kill comes through now we're back even and the puck taken hold out by Ericsson takes that on his stick and looks ahead hey jetzt sind wir wieder meine erste Reihe das gibt es ja gar nicht ah Pfosten scheiße boah die stehen aber echt ach scheiße nicht schlecht wollte ich gerade sagen bis zu schnell obwohl 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 ja wohl 4 3 2 2 nick latter oman und wir müssen noch dran gewesen sein ich glaube uvira ne nur oman ok das bild vom latter ist aber auch so geil wenn man den mittlerweile in der der erste Saison jetzt hier sieht mit Leuten aus wie Doug Murray jawoll und da ist das 3-2 wer war's denn Alex Weiss Jones und Moritz Müller die Assistenten dann war er sogar noch dran der Vogel ich würde mal interessieren ob der hier eigentlich Stamm goalie ist weil eigentlich ist der Brückmann glaube ich in Wolfsburg die Nummer eins ach scheiße Oh wesslau und Hager und 4 zu 2 jawoll da habe ich ein Vogel aber voll auf dem falschen Fuß jetzt erwischt alex weiss müsste da gewesen sein ja nur die andere sicht schade hat gar nicht die schussposition nochmal oh die Chance die Chance die Chance ach oh man lauf doch nicht nein oh Vira, Latra und oh alter jetzt hält der Vogel aber einiges scheiße so Jason Williams scheiße da haben so einen Schläger dazwischen New Lock, oh Pfosten oh Krupp scheiße aber gut wir gehen mit einer 4 zu 2 Führung ins dritte drittel und es bleibt dabei Wolfsburg hat beide Toren nur im Powerplay erzielt aber dafür habe ich auch zweimal ein gutes Unterzahlspiel jetzt gehabt das war der Pfosten glaube ich muss das Weiß Tor kommen ja hier sind wir das 4 zu 2 okay Schläger vergehen ist nur noch jetzt ein Kritikpunkt Teamplay okay Strafen provoziert gut was haben wir Schussstatistik 14 zu 13 meine Pässe sind heute gar nicht so schlecht 71 prozent schauen wir mal letztes drittel oh Williams sorgt dafür dass das Bulli gewonnen wird oh Moritz Müller bleibt hängen aber ich muss das ja auch mal probieren ich kann ja nicht immer hier nur so rumskaten ist immer gegen die Versuche durchzukommen das ist mal vielleicht Konter Alter Romiciewicz hatten noch oh Müller und Wesslau Oh Gott den hätte er nur reinschieben sollen dann wäre er drin gewesen Hager Weiß vielleicht geht ja der Headtrick heute mit Alex Weiß Nein noch nicht Oh Scheiße So Weißburg scheint zu wechseln Hager noch drauf noch der hier noch der hier gugula 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 grub gugula 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 oh Scheiße Wie aus dem Gesicht geschnitten. Nein! Ach, Lüde steht dem Messler im Weg. Schade. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, da stand der Lüde genau vorm Wessler. Naja, 3 zu 4. Ah, Latte. Scheiße, warum bleibt der Punkt da hängen? Nein! Bitte nicht! Oh, Wessler legt die Hand drauf sauber. Oh, Ryan Jones. Das gibt's nicht, ey. Mist. Der Krupp kriegt ganz schön viel Eiszeit hier in Westburg. Oh! Oh! Nein! Scheiße. So locker. Äh, warum ist der Weiß eigentlich drauf? Mit Williams. Oh, und schon wieder eine Strafe, ey. Ach, Mist. Wessler. Genau. Oh, ob das auf sich war. Ja. Ach, Mist. Jetzt geht's noch was Rausspielen, wir bauen Ensch mal einen Sieg. little pass that can start some progress ahead. A two on two moving on. I think that missed opportunity seals the fate in this game. I don't think they're coming back after that missed opportunity. Wolfsburg's in possession through the neutral zone. Cologne's penalty kill came up large on this one. Oh, Wessler legt die Hand drauf. Auf. Nein! 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 Mann! Das gibt's noch nicht! Scheiße! Okay. Ja! Die Hand drauf. Oh man! Die Hand drauf. Das war eine gute Idee, aber auch. Das war eine gute Idee. Nach vorne. Oh Gott. Die Hand drauf. Das ist noch nicht. Das hat jemanden gefangen. ja mann ich komme nicht zum Schuss das gibt es nicht erst lässt der Vogel alles durch ach man aber wenigstens wieder ein Punkt geholt oh das war ja noch mal knapp jetzt wenigstens wieder ein Punkt geholt wir gehen wieder in die Overtime wie schon im vorherigen Spiel wieder beim Stand von 4 zu 4 aber diesmal echt ärgerlich weil eigentlich ja weil ich echt das Spiel eigentlich dominiert habe gucken wir uns nochmal in die Statistiken an ach ja cool doch Ghostbuck hat noch ein paar Schüsse mehr ich habe tatsächlich mal 72% angekommene Pässe gehen wir mal in die Overtime jetzt ich hoffe nicht dass es wieder Penaltyschießen gibt weil da bin ich so schlecht so Williams sorgt für den Bulli gewinnen aber Oslo und vertendelt so Westlau ah Lallon hol ihn nein Shero war zur Stelle jetzt müsste ich mal langsam mal die Reihe wechseln ich krieg hier zum Stände ich krieg hier zum Stände und oh Westlau wieder Williams kriegt ihn nicht ich komm nicht dran Alter und Westlau wieder ey es ist unfassbar oh Gott Williams der muss auch raus ich will nicht ins Penalty schießen nein Westlau oh ja gut ok ich geh nicht ins Penalty schießen ich verliere schon vorher ey aber das war jetzt wieder so ich hatte wirklich wieder absolut überhaupt keine Chance an den Pupp zu kommen das ist bisschen komisch bei dem Spiel weiß Wallace Koenig 32 zu 18 Schüsse tja aber es macht Mut die Spiele werden immerhin jetzt mal enger ich hol Punkte aber kann man nicht ändern mal wieder verloren ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei wenn ich versuche endlich mal wieder einen Sieg zu holen machts gut bis dann und tschau タsch rein d d d d d d d Bis zum nächsten Mal.